Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Der liebe Banana Joe hat mal wieder einen von seinen langen Beiträgen geschrieben. Ich stimme ihm in beiden Teilen überein, aber es gibt auch Teile, wo ich ihm nicht übereinstimme. Auf jeden Fall ist es der Versuch eines Lösungsansatzes. Das ist ja das, was es heute gar nicht gibt. Heute fahren ja alle so diese No-Tolerance-Schiene und wollen irgendwie krass sein und brauchen auch ihr Recht. Nein, nein, es muss so sein, wie ich will und so weiter. Aber, dass sich mal wirklich jemand Gedanken macht, wie man die Situation in Frankreich irgendwie entschärfen könnte. Wie man das Problem dauerhaft lösen könnte. Wie man verhindern könnte, dass solche Zustände auch in Deutschland kommen. Weil ich hätte, vor, sage ich euch, fünf Jahren, hätte ich noch Stein und Bein geschoren, so würde es in Deutschland nie werden wie in Frankreich. Aber ich bin mir mittlerweile nicht so sicher. Also, ich lese euch jetzt mal den Text vor, den Abschnitten und werde dann mal zu dem einen oder anderen Abschnitt meinen Senf dazugeben. Lieber Rainer, ich sehe das ganz nüchtern und neutral. Was wir in Frankreich sehen, ist das Ergebnis einer perpeten Innenpolitik und Integration. Frankreich ist heute das, worauf Deutschland in großen Schritten drauf zuläuft. Frankreich hat sich selbst im Übermaß mit Menschen aus ihrem Kolonialreich geblutet, die nicht nur andere Religionen, Kirche, Traditionen mitgebracht haben, sondern auch ihre Konflikte und Mentalitäten. Und da ist es klar, dass wenn es zu viele Probleme entstehen werden, das ist, glaube ich, ein Rechtsverpeller, aber ist auch nicht so wichtig. Aber ich finde, du hast recht, aber auch nicht recht. Weil du musst bedenken, dieses ganze Kolonialreich, zum Beispiel sowas wie die Inder heute. Die Inder heute sind sehr britisch. Wenn so ein Inder in England, also in Großbritannien einwandert und dort lebt, dann kannst du mir nicht erzählen, dass er irgendeine fremde Kultur und sonst was mitbringt. Okay, die Inder sind natürlich keine Briten, aber ihre Kultur ist so ähnlich, dass sie auch keine Ausländer sind. Verstehst du, Badana Joe? Das Ganze zu reduzieren auf die Wesensfremdheit von Menschen, ich glaube, das greift dem Problem zu kurz, weil diese Kolonial-Franzosen, die da kommen, die sprechen ja normalerweise schon perfekt Französisch. Das haben sie ja, in ihren Ländern sprechen sie das ja auch schon als sozusagen eine von zwei Sprachen. Verstehst du, was ich meine? Und dass die da so andere Sittnamen, ja, was denkst du denn, was die machen? Essen die mit Händen und Füßen oder was? Verwechsel mal nicht die Flüchtlinge, die heute zu uns kommen, aus Syrien oder Afghanistan, mit irgendwelchen Kolonial-Franzosen aus Neuginea und wie diese ganzen Länder heißen, die sind gar nicht so anders. Also da, glaube ich, bist du, wie gesagt, du hast schon recht, aber ich glaube, du verkennst das Problem ein bisschen, das Ganze einfach nur auf die Andersartigkeit von Menschen zu schieben, greift dem Problem ehrlich gesagt zu kurz. Wo du aber auf jeden Fall recht hast, ist Folgendes. Europa nimmt irgendwelche Menschen aus anderen Teilen der Welt auf und das Problem im Gegensatz zu der gelungenen Integration hier im ehemaligen Jugoslawien ist, dass so ein farbiger Franzose von den Antillen, versteht ihr? Das müsst ihr auch bedenken. Die Antillen sind seit 300 Jahren französische Kolonie. Er ist Franzose. Das muss euch ja nicht gefallen, aber er ist trotzdem ein Franzose. Er spricht diese Sprache, er hat in weiten Teilen diese Kultur assimiliert, genauso wie in Quebec oder wie in New Orleans, das sind Franzosen. Das können die nicht einfach so wegdiskutieren. Aber trotzdem gibt es ein großes Merkmal, eine große Hürde, er sieht anders aus. Steht ihr hier im ehemaligen Jugoslawien? Nein, wir sehen alle gleich aus. Ich glaube, das macht einen unglaublich großen Vorteil bei der Integration im Gegensatz zu irgendwelchen Ländern, die Menschen aus anderen Teilen der Welt aufnehmen, die optisch ganz klar abgegrenzt sind vom Rest oder sagen wir von der alteingesessenen Gesellschaft. Okay, man nimmt diese Menschen auf, man nimmt sehr viele von ihnen auf. Du sagst ja hier, du bist nüchtern und neutral. Ich bin auch nüchtern und neutral, aber du musst auch bedenken, lieber Banana Joe, dass jetzt Menschen, nur weil sie in Frankreich einwandern, auf einmal keinen anderen Lebensinhalt mehr haben, als französisch werden zu wollen. Also es ist wirklich jeden noch so kleinen Trend und alles, was in Frankreich jetzt ist, so zu übernehmen. Das ist einfach zu viel gedacht, das ist zu weit gegriffen. So sehr sind Menschen einfach nicht in ihrer Bemühung. Es gibt diejenigen, das hast du auch in Deutschland, es gibt zum Beispiel die stark eingedeutschten Muslime und es gibt die, die nicht so eingedeutscht sind. Das ist aber normal. Letzten Endes, du musst es ja mittlerweile auch bemerkt haben, trotz meiner Sprachkenntnisse und der Tatsache, dass ich auch irgendwie Hesse und Kafka und Nietzsche und keine Ahnung, was für Schriftsteller gelesen habe, bin ich auch nicht besonders eingedeutscht. Es geht so, also ich weiß mich halt zu benehmen. Ich denke, dass ich in Deutschland im öffentlichen Leben nicht negativ auffalle mit meiner Art, aber ich bin auch nicht besonders eingedeutscht. Das müsst ihr auch bedenken. Es gibt auch diese andere Seite vom reinen Ernst. Und auf der anderen Seite wiederum musst du auch sehen, die Wirtschaft will ja diese Einwanderung. Das ist ja immer das Argument, du hast ja in Japan ab der 90er Jahre, gab es ja die Asienkrise irgendwie 89, 99 und seitdem ist ja Japan wirtschaftlich in einer Rezession und die hört auch nicht mehr auf. Wegen der sinkenden Geburtenrate nur Länder mit einer wachsenden Anzahl an Bevölkerung können auch langfristig Wirtschaftswachstum vorlegen. Es gibt auch irgendwelche Statistiken, das müsst ihr auch bedenken. Auch die Volksrepublik China hat durch ihre hohen Geburtenraten bis in die 70er, 80er Jahre hinein ein Wirtschaftswachstum vorgelegt. Es gibt sogar richtiggehend irgendwelche Berechnungen, wie viel von dem Wachstum von China wirklich auf eine Wirtschaftsdynamik zurückzuführen sind und wie viel davon schlicht und ergreifend auf Bevölkerungswachstum zurückzuführen ist. Das sollt ihr ja nicht vergessen. Die Wirtschaft will diese Menschen. Auf der anderen Seite ist aber der Staat mit seiner Fähigkeit und auch mit seinem Willen und mit seiner Bereitschaft Menschen zu integrieren und sich aktiv darum zu bemühen, wie soll ich sagen, dem seine Grenzen oder seine Kapazitäten sind in Wahrheit viel geringer als das, was die Wirtschaft fordert. Aber das Fatale bei uns im Westen, ich bin ja mittlerweile auch kein Fan mehr von grenzloser Einwanderung, obwohl ich nichts gegen die Menschen habe. Auch, wie gesagt, auch diese Menschen, die da kommen, das geht nicht darum, dass die unbedingt total europäisch sein wollen. Das müsst ihr auch bedenken. Da ist ja auch auf den Balkan diesen Trip. Irgendwelche Länder, sowas wie Ungarn oder Polen, die sind der EU beigetreten für ein besseres Leben. Die wollen nicht woke sein. Versteht ihr? Die wollen gar nicht irgendwelche LGBT-Feste feiern und die Regenbogenfahne schwenken. Die wollten ein besseres Leben. Und wenn jemals Serbien oder Montenegro und diese ganzen Länder auf dem Westbalkan der EU beitreten sollten, dann werden sie das für ein besseres Leben tun. Sie werden es nicht darum tun, dass sie jetzt unbedingt trans sein wollen oder sowas. Oder quer oder sowas. Das könnt ihr vergessen. Versteht ihr? Und genauso, wie ja irgendwelche Linken, also diese Grünen heute, irgendwelche Vorstellungen davon haben, was man alles assimilieren muss. Irgendso ein Moslem, der führt eine klassische Ehe, da hat der Mann die Hosen an und die Frau, die hat zu gehorchen. Und er geht nicht davon aus, dass jetzt nur weil er in Deutschland eingewandert ist, muss er sich jetzt von seiner Frau irgendwelche Vorschriften machen lassen. So funktioniert es einfach nicht. Diese Kritik, die du auch so aus der AfD-Ecke hast an der mangelnden Integration und der gescheiterten Politik, das ist ja alles schön und gut. Aber im Grunde ist der eine Fehler, war von Anfang an, dass man Menschen auf Druck der Wirtschaft in zu großen Massen hat einwandern lassen. Und jetzt kann ich natürlich die Schuld bei den Menschen suchen. Ah, die ist eine Integration, so will ich diese Schweine und so weiter. Oder ja, der deutsche Staat hat alles falsch gemacht. Aber im Endeffekt ist es nichts davon. Letzter Endes, meiner Meinung nach, ist es einfach nur, es waren zu viele. Es waren zu viele in zu kurzer Zeit. Ihr müsst auch bedenken, durch irgendwelche komischen, obskuren Dinger, wie jetzt zum Beispiel die Vogue-Bewegung, ihr müsst ganz nüchtern sehen. Ich finde das nicht attraktiv. Also, wenn das das neue Deutschtum ist, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, will ich gar kein Deutscher sein. Ganz ehrlich, das hat gar nichts, das ist gar nicht böse gemeint oder so. Aber wenn Vogue das neue Deutsch ist, dann will ich kein Deutscher sein. Dann deintegriere ich mich, dann bin ich lieber wieder Jugo und bin nur noch Jugo. Und ja, okay, ich habe dann halt Hesenitsche, Kafka, Kant und so weiter und Schopenhauer habe ich halt gelesen. Aber gut und schön, mein gebildeter Onkel hier in Montenegro, der hat auch diesen Kram gelesen. Wir sammeln auch manchmal über deutsche Schriftsteller, aber dafür müssen wir eigentlich deutsch sein, um das zu tun. Jetzt müsst ihr auch überlegen, eure Kultur oder sagen wir einfach die deutsche Kultur oder die europäische Kultur, die macht in den letzten Jahren irgendwelche merkwürdigen Verrenkungen, sich irgendwie mit Händen und Füßen abgrenzen zu wollen von irgendwelchen angeblichen Schurkenstaaten auf der Welt. Also für mich ist die Kultur der Russen oder der Chinesen, die ist genauso spannend und interessant und nützlich und bezaubernd wie die deutsche Kultur. Es gibt tolle Dinge in Deutschland, aber Deutschland oder sagen wir die EU als Ganze schießt sich, hat sich in den letzten Jahren in so einen Abseits geschossen, dass man sich nicht zu wundern braucht, wenn keiner Bock hat, sich zu integrieren. Ich habe auch keinen Bock, mich zu integrieren. Das sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Okay, jetzt sagt er, genau hier beginnt die verfehlte Integrationspolitik Frankreichs. Man hat Straftaten der Migranten hingenommen, mit dem erhobenen Zeigefinger verurteilt, statt direkt mit einer harten Strafe zu antworten und hat somit Serientäter geschaffen, da diese in ihrer Mentalität eben nicht auf ein Du-Du-Du reagieren wie Westeuropäer, wie der Westeuropäer, der seit den 50er Jahren sich entwickelte, sondern es hat Einladung verstand, diesen Resozialisierungsansatz der Justiz als Schwäche zu verstehen. Ja, auch hier gilt Folgendes. Du hast natürlich recht, es stimmt schon. Es gibt heute viele Menschen, die gibt es aber auch nicht nur bei irgendwelchen migrantischen Straftätern, die hast du doch auch bei der letzten Generation. Das ist heute ein Zeitgeist, dass man irgendwie Güte, auch die Güte des Staates, als Schwäche auslegt. Da gibt es irgendwie, ich habe gerade vorhin irgendwie gelesen, ein Klimakleber hat vormittags einen Prozess und nachmittags schläft er wieder auf der Straße. Verstehst du beieinander, Joe? Das allein, als irgendein, als ein Alleinstellungsmerkmal von irgendwelchen migrantischen Milieus zu framen, auch das ist zu kurz gegriffen. So einfach ist das nicht. Aber ich möchte euch auf Folgendes hinweisen. Du kennst ja bestimmt den Film Starship Troopers. Der ist ja ziemlich kitschig und schon lustig, der Film ist schon cool gemacht, aber es gibt einen Roman Starship Troopers, der ist von so einem Typen, der heißt Robert Heinlein. Und das war so ein alter Nazi, der ist damals nach Argentinien ausgewandert und hat dort seine Romane geschrieben. Und seine futuristischen Welten sind immer irgendwelche rechten oder faschistoiden Polizeistaaten. Und ich finde, er hat aber trotzdem interessante Ansätze, gerade in diesem Roman Starship Troopers. Da läuft es irgendwie darauf hinaus, diese Gesellschaft in der Zukunft ist so, dass schon bei Kindern irgendwelches Fehlverhalten eigentlich relativ schnell geahndet wird. Selbst sowas wie, du bist mit dem Fahrrad auf der Straße gefahren, obwohl es einen Radweg gab, kann dazu führen, dass du drei Stockschläge bekommst. Gehst du dann aufs Polizeirevier, da kriegst du drei Stockschläge, Feierabend. Das ist jetzt nicht total unerträglich, aber der Staat erinnert dich daran, halte ich an die Regeln. Das musst du so sehen. Hier in Deutschland ist es grundsätzlich so. Wir haben ja eine humane Gesellschaft davor gebracht und es ist ja auch alles wunderbar. Aber dieser Effekt, dass der Staat sehr, sehr, sehr lange wartet, verstehst du, es kann nicht sein, dass das, was ich nie akzeptieren werde, es kann nicht sein, dass ich solche Straftäter über Jahre und, keine Ahnung, Jahrzehnte sogar gewähren lasse und da noch einmal schieße ich in den Kopf. Nee, sorry, nein, Alter. Nein, Bananajo beim besten Willen, da gehe ich nicht mit. Und dass jetzt irgendwelche Menschen aus Ländern, die so, sagen wir mal, wo es härter zugeht als in Deutschland, dass die diesen Resozialisierungsansatz irgendwie verlachen und denken, ach, guck mal, der deutsche Staat ist ja lustig, ich kann machen, was ich will, das stimmt ein Stück weit. Aber daran ist der deutsche Staat aber auch selber schuld. Er muss nicht unbedingt härtere Strafen gegen Migranten einführen. Er sollte grundsätzlich aber anfangen, Kinder zur Ordnung zu rufen, weil du hast doch damals, als ich das Video hochgeladen habe, mit der Kathedrale von Bar. Da hast du dich ja gefreut, du hast es auch irgendwie geschrieben, dass hier alles sauber ist. Aber du musst dir vorstellen, wenn ich hier anfangen würde, irgendwas an der Wand zu sprayen, gerade an dieser Kirche, da würden irgendwelche Rentner kommen und mich mit ihrem Stock zusammenschlagen. Und wenn ich dann irgendwie diese Rentner wegboxe, weil ich das kann, weil ich halt ein junger Mann bin, dann, keine Ahnung, dann würde ich in den Knast gehen. Verstehst du, die Ordnung wird aufrechterhalten, auch von Bürgern. Ich habe das gesehen, ich war vor, schon zwei, drei Wochen her, war ich oben in Altbar. Und das ist diese Altstadt mit der Osmanischen Festung. Und da gibt es so, vor dieser Festung, gibt es so einen großen Parkplatz und eine total miese scharfe Kurve. Das war so ein Ding, ich saß so bei so einem Mann, den nennen sie dort alle Babo. Nennen wir einfach Babo seinen richtigen Namen. Will ich nicht verraten, weil sonst könntet ihr ihn sehr leicht finden. Aber sagen wir mal, ich sitze da bei Babo, der hat da so einen Markt, so einen kleinen Markt, wo er irgendwelches Zeug verkauft. Und dann höre ich so einen reifen Quietschen, übelst krass. Und ich sehe so einen schwarzen Geländewagen, vielleicht hat da diesen einen Dings, diese eine Straße nach oben. Und Babo, meinst du zu mir, die werden ihn kriegen, das wird böse für ihn enden. Und dann meinst du zu ihm, ja, was ist denn passiert? Na ja, er hatte das gesehen, weil er saß mir gegenüber, er konnte das genau sehen. Da war ein Ukrainer mit seinem Geländewagen. Der hat einen Einheimischen angefahren. Dann ist er anscheinend kurz paar Sekunden stehen geblieben, hat überlegt, was er tun soll. Und als er aber gesehen hat, dass der Einheimische wieder aufgestanden ist, so nach dem Motto, es wird schon nicht so schlimm gewesen sein, hat er dann Fahrerflucht begangen. Und was ich noch mitbekommen habe, ich habe das Quietschen seiner Reifen gehört und dann, wirklich so 20 Sekunden später, ist ihm ein schwarzer Geländewagen hinterher gebrettert. Und Babo meint so zu mir, hat dieses, sie werden ihn kriegen. Und dann, warum werden sie ihn kriegen? Wer sind die überhaupt? Dann meint er so, ja, der eine, der war früher Rennfahrer, der dem der Jeep gehört und der, der mit ihm eingestiegen ist, war früher Boxer. Das heißt, sie werden diesen Ukrainer verfolgen. Es gibt wirklich genau diese Straße, das sind ein paar Kilometer, die du von oben, von dieser alten Festung, da kannst du nicht wirklich abbiegen. Das heißt, er ist quasi wie in so einem Kanal drin, bis er unten an diese eine Hauptbushaltestelle an der Hauptkreuzung kommt. Und Babo meint halt, die werden ihn kriegen, die werden ihn ausbremsen, die werden ihn an den Straßenrand drängen und dann wird ihn sich der Boxer zur Brust nehmen, er wird ihn jetzt nicht zusammenschlagen. Aber das wäre total krass, aber sie werden ihn in den Bullen übergeben. Er hat einen Menschen angefangen und er hat Fahrerflucht begangen. Das ist nicht lustig. Verstehst du, aber das ist der springende Punkt. In Deutschland, sei mir nicht böse, aber wenn in Deutschland sowas in der Art passiert, ihr gafft nur. Das ist halt so, ihr seid so. Keine Ahnung, warum ihr so seid. Ihr seid nicht die großen Eingreifer oder die Verteidiger eurer eigenen Ordnung, sondern ihr steht am Straßenrand und gafft, oh, guck mal, da ist irgendwas los. Und dann, ja, der Staat muss irgendwas, irgendwie muss der Staat, bei euch muss immer alles der Staat regeln. Ja, ich denke, du weißt, worauf es denn ausläuft. Also da würde ich mir mal Gedanken drüber machen, ehrlich gesagt. Ohne dich jetzt irgendwie kritisieren zu wollen. Leider lernt man im Westen nichts daraus, da man seine Werte, die man durch soziale Entwicklung erworben hatte, nicht aufgeben wollte und ließ eine verstärkte Kriminalisierung, zu die den sozialen Abstieg für alle Migranten zementierte, bis parallel eigene Gesellschaften entstanden, aus der sich der Staat immer weiter zurückziehen musste. Ja, aber weißt du, Banana Joe, das ist auch seine Sache. Also du hast natürlich recht, aber du musst bedenken, wenn ich zwei Flüssigkeiten vermische, dann kriege ich eine dritte Flüssigkeit, die Vorstellung, dass du Millionen Menschen einwandern lassen kannst nach Europa. Ich weiß ja nicht, wie viele Muslime es in Europa gibt, aber bestimmt, keine Ahnung, 40 Millionen oder so. Das sind schon echt viele. Das ist allein in Frankreich und Deutschland, das sind sehr viele. Bloß die anderen ganzen Länder, aber dass du die so einfach einwandern lassen kannst und dass sie so hundertprozentig flawless sozusagen deine Kultur assimilieren werden und sich völlig, also alles, was an ihnen aus ihrer Ursprungskultur war, ablegen werden, ist eine Illusion. Das wirst du nie schaffen. Das ist auch Quatsch. Da bin ich, da gehe ich auf keinen Fall mit. Das kannst du voll vergessen. Wenn du viele Menschen aus einer anderen Kultur aufnimmst, dann musst du einfach damit leben. Es wird dein Gemisch entstehen und dann wird sich deine Gesellschaft auch verändern. Das kannst du nicht verhindern. Das sind so Dinge wie mit dem Genom. Versteht ihr? Die letzte Menschheit. Egal, wie lange es dauern wird. Von mir aus wird es 1000 Jahre dauern oder auch 5000 oder 10.000. Irgendwann werden alle Rassen auf der Erde verschmolzen sein zu einem letzten Menschen. Das liegt im Genom begründet nichts auf dieser Welt. Das eigentliche total krassen Zwangsmaßnahmen kann das verhindern. Zumindest nichts, was ich gerne sehen würde. Dann, was diese Zementierung angeht, du musst es auch so sehen. Hast du schon mal eine Scheffin von einem Krankenhaus oder einer Fluggesellschaft gesehen in Deutschland, die Kopftuch trägt? Du musst es so sehen. Einerseits, wenn die Musima Kopftuch trägt, dann schließt sie sich in gewisser Weise aus, aber sie wird daraus geschlossen. Ich weigere mich kategorisch. Es irgendwie gelten zu lassen, dass diese Musima alleine daran schuld ist und dass auch Kriminalität alleine die Ursache ist. Wenn du da so einen krassen Laden hast, die Alte und so weiter, ich war gestern Bahnhof, Bahnhof war weg und so, dann kann er nicht Anwalt werden in Deutschland. In Deutschland kannst du als Ausländer Karriere machen, wenn du dich sehr stark eindeutschst. Aber das ist kein Deal, der funktionieren wird. Es gibt diese Ausländer, die das tun, die sich komplett total anpassen, aber das ist trotzdem nur ein Bruchteil. Verstehst du, zum Ausgegrenztsein gehören immer zwei. Es gibt den, der sich ausgrenzt und es gibt auch den, der ausgegrenzt wird. Und das Kriminalität alleine. Also ich sehe eher die Kriminalität als eine Folge von Ausgrenzung als eine Ursache. Ich habe ja da meinen Kumpel, den Bosnier. Mein Kumpel, der Bosnier, das ist ein schlauer Mann. Der ist eloquent, der ist smart, der könnte auch, keine Ahnung, der könnte auch Manager in Deutschland sein, der könnte der Direktor einer Bank sein. Aber er kriegt halt deinen bosnischen Akzent nicht raus. Er kriegt seine Optik nicht raus. Er hat halt da sein, er betet fünfmal am Tag und so weiter. Er macht dieses islamische Ding. Er kann in Deutschland nichts werden. Also wenn er ein besseres Leben will, dann bleibt ihm, solchen Leuten wie ihm, bleibt häufig nur im Gegensatz zu mir zum Beispiel. Ich kann in Deutschland durchaus irgendwas sein und tun und machen, ohne dass ich negativ auffalle und die Deutschen akzeptieren mich. Aber bei ihm ist das nicht so. Er kann im Endeffekt zu einem Wohlstand, einem besseren Leben eigentlich nur gelangen, indem er irgendwelche krummen Dinger dreht. Das ist halt so. Das kannst du auch nicht ändern. Das musst du auch nicht gut finden. Und das musst du auch nicht akzeptieren. Keine Ahnung, ich will aber nicht. Aber es wird dich auch nicht ändern, leider. Insofern haben die Sozen nicht ganz unrecht mit ihrer Haltung. Und dass sich der Staat immer weiter zurückziehen musste, ja, es gibt diese Zonen. Es gibt diese Zonen auch in Frankfurt zum Beispiel. Bei uns kommt nicht der Staat. Aber verstehst du, es geht gar nicht darum, also in meinem Ghetto, wo ich da wohne, da sind die Bullen total selten unterwegs. Aber es geht gar nicht darum, dass irgendjemand die Polizei angreifen würde, sondern, oder sagen wir mal, es ist mein Eindruck, sondern ich habe eher das Gefühl, die Bullen interessiert es einfach nicht. So, wenn eine Straftat passiert, bei mir in meinem Ghetto da oben in der Nordi, dann kommen die Bullen irgendwann mal. Eines Tages werden die schon kommen, um die Leichenteile von der Fahrbahn zu kratzen, aber mehr auch nicht. Verstehst du, so einfach ist das nicht. Das ist alles dieses Einseitige, der ist dann schuld. Nein, der, nein, der, nein, der. Das bringt alles nichts. Es ist, wie es ist. Und wir sind alle ein Teil davon. Und deswegen habe ich in meiner Sendung, habe ich auch kritisiert, verstehst du, das war doch der Kern meiner Kritik. Dass heute jeder irgendwie, also wie mit der Journalistin, die einfach will, dass alle Pädophilen jetzt aufhören, Pädophile zu sein. Das ist so, wie, das sah da aus, er hat quäligst auf Migranten zu sein. Könnt ihr es wagen? Nein, ich will das aber nicht. Ihr müsst euch ändern. Ich habe alles richtig gemacht. Nein, Bananjo, warst du nicht. Also nicht du, aber du weißt schon. Und ja, es war abzusehen, dass irgendwann ein Krimineller von der Polizei erschossen werden würde und damit ein Bürgerkrieg ausbricht zwischen den indigenen Franzosen und den Migranten-Franzosen. Wir haben es bei George Floyd und Skane Skidlis in den USA gesehen, wie schnell Kriminelle zu Märtyrern und zu Heiligen eines ethnischen Bürgerkriegs werden. Ja, aber weißt du, das mal ganz abgesehen davon. Für mich ist, sind diese Typen natürlich keine Heiligen und sie sind auch keine Märtyrer. Aber es ist trotzdem nicht richtig, sie abzuknallen. Verstehst du, Ackermann oder oder Hoeneß, euer großer Hoeneß, euer deutscher, eure Säule, auf der die deutsche Gesellschaft ruht, hinterzieht irgendwelche 30 Millionen, da geht ja auch keiner hin und da schießt den, schießt den mit den Kopf oder so. Ich weiß, jetzt werden viele von euch, oh nee, was ist das für ein Vergleich? Das geht ja gar nicht, aber letzten Endes sieht es so aus. Jeder bereichert sich dort, wo er kann. Der kriminelle Deutsche, der begehrt halt Steuerhinterziehung und dafür schießen die auch keine an. Letzten Endes sind die Schäden, du musst mal ganz nüchtern überlegen, diese ganze, dieses ganze Schäden, diese kriminellen Ausländer, weißt du, warum der Staat sich auch einfach nicht dafür interessiert? Das liegt einfach daran, dass die Schäden, die irgendwelche kleinen kriminellen Ausländer oder Migranten begangen werden in Deutschland oder entstehen, die sind ein Furz im Vergleich dazu, was irgendwie drei amerikanische Konzerne in Deutschland an Steuerhinterziehen. Da ist die große Kohle. Das würde dich auch nicht ändern, verstehst du? Du kannst ja natürlich jetzt diese Ausländerkriminalität nehmen, um eine Abneigung, oder nicht du, aber grundsätzlich um eine Abneigung gegen Migranten zu kanalisieren. Das ist ja ein riesen Wahlkampfthema jetzt für die AfD. Oh mein Gott, die Welt geht unter, aber die Welt geht nicht unter. Deutschland, verstehe dir, wenn morgen irgendwelche Kinder hungrig ins Bett gehen, morgen Nacht, dann liegt das nicht daran, dass irgendwelche migrantischen Kleinkriminellen ihnen die Butter von der Stulle geklaut haben. Es liegt an den Höhnissen, an den Greichens, an diesen Leuten, an den Ackermanns und dieser ganzen Bagage, die machen dich arm. Das musst du auch mal peilen. Weil das sind ja, verstehst du, das sind dann deine Märtyrer, deine heiligen Kühe. Ich meine jetzt nicht dich persönlich, aber ich werde jetzt immer so irgendwelche AfD-Dulis. Oh mein Gott, die Linke hat es gewagt zu fordern, dass man die Reichen enteignet, unsere armen Reichen, ist das ja so gemein. Ja, aber besonders sinnvoll, konstruktiv oder irgendwie lösungsorientiert ist dieses Ganze geschätzt nicht. Und in Deutschland sind wir von allen, dem nur noch wenige Schritte entfernt. Naja, so wenige Schritte sind wir gar nicht entfernt. Es gibt solche Unruhen im Ansatz, aber dass jetzt gerade irgendwie halb Deutschland abgebrannt wäre, das habe ich bisher noch nicht erlebt. Aber die Politik fährt ihren Stiefel weiter. Migranten und Großfamilien bekriegen sich in Essen und der Staat schaut zu, während eine parallele Justiz schalten und walten darf, wie seit Jahrzehnten in Frankreich. Ergo, werden wir denselben Weg beschreiten. Wenn wir nicht schnell etwas tun, um die integrierten Migranten weiter an uns zu binden, die integrierbaren Migranten integrieren und uns der unintegrierbaren Migranten, die hier sind, um zu erobern oder als Parasit zu leben, entledigen. Ja, aber weißt du, wie soll ich das sagen? Das ist sehr schön und gut alles. Aber, verstehst du, du kannst das nicht so einfach festmachen. Du hast ja eine Safsan Schäbli, die sitzt heute im Bundestag und dann hat Safsan Schäbli noch zwei asoziale Cousins. Das wird so nicht funktionieren, verstehst du? Du kannst ja einfach die Cousins von Safsan Schäbli abschieben. Sie wird sich natürlich dagegen wehren und das soll nicht funktionieren. Also, du musst auch Folgendes bedenken, lieber Banana Joe. All das, was so ein großer Aufreger ist, zum Beispiel, wenn da jetzt irgendwelche Clans sich irgendwo bekriegen, ja und? Dann bekriegen sie sich halt. Haben die dir deswegen irgendwas aus deinem Portemonnaie entwendet oder was? Verstehst du? Das ist doch erst mal den ihr Problem. Ja gut, sie sind kriminell, sie hauen mit Äxten und knüppeln aufeinander ein. Das ist ja auch gut und schön. Aber trotzdem, dir tun sie erst mal nichts. Und den Staat kosten sie erst mal auch nicht so ohne weiteres Geld. Ich kann es ja noch mal sagen, alle diese Probleme, die durch illegale Migration entstehen, klar entstehen da irgendwelche Riesenkosten durch Sozialmissbrauch und bla und blub. Aber durch Kriminalität von Ausländern entstehen in Deutschland Kosten, die sehr gering sind. Deswegen macht auch keiner aus der Wirtschaft Druck, dass da viel geschieht. Du kriegst doch die Diskussion mit jetzt dieser Tage, dass irgendwie der Spiegel schreibt jeden Tag einen Artikel, dass irgendwie rechts in Sachsen oder in Thüringen ein Standortnachteil ist, weil irgendwelche Fachkräfte nicht dort hin einwandern und so weiter und so fort. Du kannst natürlich denken, dass die Wirtschaft voll fies ist und ich irgendwie rippen will oder sowas. Aber du kannst auch mir glauben, wenn ich dir sage, die Wirtschaft guckt aufs Geld. Die guckt einfach, was ist günstiger für mich. Ist es für mich günstiger oder bringt es mir mehr Profit, irgendwelche deutschen Dullis von der AfD glücklich zu machen oder schöpfe ich lieber aus einem riesigen Potenzial weltweit irgendwelche Millionen Arbeitskräfte und wie du siehst, hat ja im Moment, habe ich ja diese Vogue-Contain entschlossen, lieber Vogue zu sein als konservativ zu sein. Das hat schon seine Gründe, weil es wahrscheinlich profitabler ist, Vogue zu sein. Das sind alles so schienen, das sind alles irgendwelche Denkansätze, die sind alle gut und schön, aber ob dir das so viel bringen wird, das weiß ich nicht. Und dann, die Lösung ist, nimmst du fremde Mentalitäten auf, strafe sie gemäß ihrer Mentalität, aber weißt du, lieber Banana Joe, ich bestehe darauf, verstehst du, als Deutscher, ich bin born in Höchst, ich habe in Deutschland Abitur gemacht, ich habe studiert, ich habe in meinem Leben schon eine Menge Steuern gezahlt, das ahnst du gar nicht, wie viele Steuern ich in diesem Land gezahlt habe. Ich bin mit jeder Faser meines Körpers dagegen, dass irgendwelche Menschen anders bestraft werden. Ich bin nicht dafür, dass Antisemitismus irgendwie härter bestraft wird, als jede andere Beleidigung. Und ich bin auch nicht dafür, dass ein migrantischer Straftäter anders bestraft wird, als ein deutscher Straftäter. Migranten sind in Deutschland nun mal die Unterschicht und aus der Unterschicht entsteht auch die meiste Kleinkriminalität. Die Bildzeitung führt regelmäßig irgendwelche Kampagnen gegen irgendwelche rumänischen Banden, weil ich noch da war, so die brechen in Häuser ein, es ist ein Untergang. Aber wie groß ist denn der Schaden dieser Einbrüche, gemessen an der Steuerhinterziehung deutscher Konzerne? Ja, so sieht es nämlich aus, mein Freund. Also genau diesen letzten Gedanken lehne ich kategorisch ab. Und wenn das mal kommt, dann sehen wir uns auf der Barrikade wieder. Und ich werde auf der anderen Seite sein. Ich werde mit aller Macht und auf gar keinen Fall werde ich dulden, dass in Deutschland irgendwelche Sonderstrafen für irgendwelche Migranten eingeführt werden. Wenn diese Strafen eingeführt werden, dann sind sie für mich okay, wenn sie für alle Menschen gelten. Justitia ist blind. Das kennst du doch bestimmt. Und diese Statue von Justitia der blinden Göttin. Sie hat das Schwert und die Waage. Sie ist blind, damit sie nicht sehen kann, wer vor ihr steht. Sie wiegt mit ihrer Waage recht und unrecht ab und dann richtet sie mit ihrem Schwert die Ungerechten hin. Und so war es schon immer. So ist es seit tausenden von Jahren. Und so muss es auch bleiben. Wenn du diese Menschen aufgenommen hast, dann musst du sie wie deinesgleichen mahnen. Das kannst du komplett vergessen. Alle diese Ansätze, die darauf hinauslaufen, dass es irgendwelche Sondergesetze für Migranten gibt, das ist Apartheid. Und Apartheid werde ich auf keinen Fall mitmahnen. Ja, das ist das. Also ich stimme dir in vielem zu. Du benennst viele Probleme richtig. Aber viele Deutungen, da machst du es dir, glaube ich, etwas zu einfach. Und da macht auch die deutsche Gesellschaft etwas zu einfach. Das kann man so einfach nicht lösen. Und da muss ich dir wiederum sagen, ich habe absolut keine Sympathien jetzt für die Ampel. Aber da, das ist so einer von den Punkten, wo die Ampel nicht ganz unrecht hat. Diese einfachen Schwarz-Weiß-Schemata, diese schwarz-weißen Lösungsansätze, die werden nicht viel bringen. Das wird die Probleme nicht lösen. Das ist auch genau wiederum ein, wie soll ich sagen, eine Spur auf dem Highway Richtung französische Verhältnisse. Integration bedeutet aber auch, dass ihr euch ändern müsst. Natürlich auch die Migranten, aber ihr müsst euch auch ändern. Du musst akzeptieren, Alter, da ist meine Schwester, die hat Kopftuch, die hat krasse Skills, die kann genauso gut einen Job machen wie eine Deutsche ohne Kopftuch. Lebe einfach, damit sie ein Kopftuch hat. Sie tut ja nicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass es irgendwie nicht gehen darf und nicht sein soll und so weiter und so fort. Lebe mit ihr, nimm sie so, wie sie ist zum Feierabend. Das ist der Beitrag, den du leisten kannst. Und die Migranten, die müssen auch irgendwelche Beiträge leisten. Und der Staat muss anfangen, irgendwelche Jugendlichen früher in die Kanare zu nehmen. Ganz einfach. Das ist für mich im Wesentlichen das Kernproblem, dass ich aber auch wenig gekümmert bin. Ich meine jetzt nicht so dieses Heier-Pop-Heier, sondern dass man auch eine Polizei hat. Ich habe ja das Beispiel erzählt mit diesen Bullen damals im ehemaligen Jugoslawien. Deutschland braucht weniger Korinthen-Kackerei und weniger Dienst nach Vorschrift und braucht mehr solche teilweise rücksichtslosen, aber teilweise auch sehr empathischen Bullen, die im Einzelfall irgendwelche Situationen entschärfen, anstatt dass man immer nur mehr einen draufsetzt. Aber das ist das, was ich in Frankreich sehe. Guck mal zum Beispiel diese Bemerkung damals zum Sarkozy, dass er irgendwelche Jugendlichen mit dem Kärcher wegkärchern wird. Ohne Scheiß. Das hätte Sarkozy nie sagen dürfen und das hätte auch kein Politiker hier im ehemaligen Jugoslawien so gesagt. Ich meine den Putin an. Der Putin ist der, also wenn es etwas gibt an Putin, was ich einfach nur zu krass finde, ist es, wie er die 80 Kulturen da in Russland und weiß der Geier, was wir Minderheiten immer wieder integriert. Darin sind euch ist euch der Russe um Lichtjahre, um Äonen ist er euch voraus. Da müsst ihr noch viel lernen, meine deutschen Dullis. Ja, ja. Und meine migrantischen Dullis, auch ihr, ihr müsst auch noch viel lernen. Macht's gut, liebe Zuschauer. Macht's gut.